Wir bekommen weitere Mittel vom Land, die sich aufsummieren, auf deutlich über 200 Millionen Euro dann. Aber wenn man alles zusammennimmt, also Ganztag und die weiteren Investitionsbedarfe, kommen ja auch insgesamt für die saalische Kommunen auf schätzungsweise über 700 Millionen Euro, die dort zu stemmen sind. Heute zu Gast bei unserem Podcast Stefan Spaniel. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Stefan, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Spaniel. Ich bin 42 Jahre alt, wohnhaft im wunderschönen Tholai. Und ich bin seit 2021 geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Saalische Städte- und Gemeindetag und dieser Funktion auch heute hier im Gespräch mit Ihnen. Und erklären Sie doch mal ganz kurz, was ist denn der Saalische Städte- und Gemeindetag? Der Saalische Städte- und Gemeindetag, oft abgekürzt mit SSGT, ist ein kommunaler Spitzenverband. Unsere Aufgaben sind die Interessensvertretung für die Saalische Städte und Gemeinden gegenüber dem Land, gegenüber dem Bund, gegenüber Dritten. Und neben dieser Interessensvertretung ist unsere Hauptaufgabe, unsere 52 Kommunen, die Städte und Gemeinden im Saalland zu beraten, in den Rechtsfragen und in allgemeinen politischen Fragen. Ja, und du hast ja bei uns beim Sommerempfang für die neu gewählten Ratsmitglieder gesprochen. Also es waren ja auch ganz viele hier im Haus der Unionsstiftung gewesen. Und du hast ja so ein paar Trends aufgezeichnet für die Kommunen in den nächsten Jahren. Was waren das denn für Themen? Ja, zunächst einmal vielen Dank an die Unionsstiftung für die schöne Idee, alle neu gewählten Ratsmitgliedern in den Ortsräten, in den Stadträten, in den Gemeinderäten einzuladen und zu Beginn einer Wahlperiode dann sich gemeinsam austauschen zu können über aktuelle Trends. Und ich konnte die dort in einer schönen Atmosphäre hier bei der Unionsstiftung präsentieren. Und ich habe dort insbesondere sechs Themen angesprochen, die uns bewegen auf kommunaler Ebene. Das ist das Thema Bildung und Betreuung. Das ist das Thema Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Hochwasserschutz. Das ist das Thema der allgemeinen Finanzlage. Das ist das Thema der Digitalisierung der Verwaltungen. Das ist das Thema Migration und Integration, aber auch die demografische Entwicklung und die allgemeinen Herausforderungen der sozialen Teilhabe. Das sind so Oberbegriffe, die schon sehr weitreichend sind. Und wie ihr seht, dann auch viele Unterpunkte mit sich führen. Und ich bin auch gerne bereit, dort auch näher auf die einzelnen Themen einzugehen. Ja, das wollen wir jetzt mal tun. Also du hast ja da einen ganzen Bündel an Herausforderungen aufgezeigt. Also manch einem ist die Kinnlade heruntergefallen, was da alles so auf einen zukommt als neu gewähltes Ratsmitglied. Und was ist denn so aus deiner Sicht das drängendste Thema, das man jetzt angehen muss in den Räten? Oder ist alles gleich wichtig? Also das drängendste Thema ist das Thema Bildung und Betreuung. Das liegt uns auch am Herzen als Städt- und Gemeindetag, aber eben auch den Ehrenamtlern in den Räten und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir haben dort große Herausforderungen zu stemmen. Bildung und Betreuung bedeutet ja zunächst einmal das Thema Schulen. Die Städt- und Gemeinde sind Träger von 162 Grundschulen im Saarland. Es gibt ja dann auch noch die Kreise, die die weiterführenden Schulen tragen. Was bedeutet, man trägt eine Schule. Die Kommune hat die Aufgabe, die Sachkosten und vor allem auch die Räumlichkeiten zu finanzieren, baulich zu unterhalten, neue Investitionen dann auch dort zu tätigen. Und wir brauchen eben diese Infrastruktur für im Saarland 1.645 Schulklassen in dem Grundschulbereich für 33.400 Schüler, die alleine unsere Grundschulen besuchen, um ein paar Zahlen zu nennen, um auch zu verdeutlichen, wie groß dort die Herausforderung ist. Und was hat sich dort geändert? Ab 2026 wird jeder Erstklässler im Saarland einen Anspruch haben auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Also es muss dann gewährleistet sein, dass er auch nachmittags betreut wird in den Grundschulen. Das gilt für jeden neuen Erstklässler. Wir haben im Saarland in diesem Bereich schon über 20.000 Plätze aufgebaut in den Grundschulen der Gemeinden und Städte. Aber wir brauchen am Ende des Tages so 28.000 Betreuungsplätze im Grundschulbereich. Dort brauchen wir viele Millionen, um die baulichen Investitionen zu tätigen. Wir brauchen dann aber auch mit den Trägern und den Kreisen zusammen eben auch ein Konzept, um diese Betreuung dann auch personell zu gewährleisten. Das ist das Thema Schule. Dann haben wir das Thema Kindergärten, also Kindertageseinrichtungen, Krippen. Hier haben wir auch große Investitionsbedarfe in baulicher Hinsicht, neue Einrichtungen, die auch erforderlich sind, weil wir zum Glück auch wieder mehr Kinder haben, die betreut werden wollen, auch in dem Alter zwischen 0 und 3 und dann von 3 bis 6 Jahren. Und die Bedarfe werden dort auch noch weiter steigen, weil es ja auch keine Elternbeiträge mehr geben wird auf der Zeitachse für die Kindergärten. Da hat die Landesregierung ja auch sozialpolitischen, familienpolitischen Erwägungen dann ja auch mit uns zusammen dafür gesorgt, dass die Elternbeiträge auf 0 zurückgeführt werden in den nächsten Jahren. Wenn etwas nichts mehr kostet oder weniger kostet, wird auch natürlich die Nachfrage noch steigen. Dann haben wir auch mehr Kinder insgesamt, die zu betreuen sind, auch auf Gründen der Migration. Und deswegen steigen dort auch die Bedarfe. Wir haben als Saar- und Städt und Gemeinde 159 Kindertageseinrichtungen derzeit, da sich auch freie Träger, kirchliche Träger teilweise auch überlegen zumindest, auch diese Einrichtungen nicht mehr baulich zu betreuen. Es wird das auch noch zusätzlich eine Herausforderung darstellen. Also auf der Zeitachse gehen wir schon davon aus, dass wir bald noch mehr haben werden, als 159 Kindertageseinrichtungen, die wir tragen. Und deswegen wird auch diese Herausforderung noch größer. Ja, du hast es ja angesprochen, also da ist ja auch ein Riesenbedarf, was das Thema Bauen angeht. Also ich muss ja vielleicht Schule ganz neu denken, also weg von den klassischen Schulräumen oder Unterrichtsräumen hin zu so einer Art Bildungscampus, wenn ich da eine Nachmittagsbetreuung habe mit Mensa und allem, was dazugehört oder vielleicht auch Sportmöglichkeiten. Das Thema Kindergarten, also wenn die Nachfrage steigt, muss ich ja auch sehr, sehr viel bauen. Ich kenne es jetzt aus unserer Gemeinde, wir wohnen ja beide in der gleichen Gemeinde. Also ich glaube, in Hasborn soll ja ein neues Gebäude bei uns in der Grundschule gebaut werden. Und der Bürgermeister hat mir mal erzählt, auch hier im Podcast, dass das rund 4,5 Millionen Euro kostet, also nur für die Grundschule in Hasborn. Und glaubst du, dass so diese Kosten auch die Gemeinden an den Rand der Belastung bringen, finanziell? Es ist eine große finanzielle Herausforderung, aber es gibt auch große Unterstützung. Für das Thema Ganztagsbetreuung an den Grundschulen gibt es Geld vom Bund und vom Land. Das sind zusammen rund 40 Millionen Euro, die dort fließen werden, vom Bund und vom Land, speziell für dieses Thema. Aber wir haben auch berechnet, dass wir landesweit, was eine Zahl aus einer Gemeinde genannt, landesweit für das Thema Ganztagsbetreuung an den Grundschulen rund 330 Millionen Euro brauchen werden. Wir haben eben auch andere bauliche Herausforderungen zu stemmen. Auch das Thema energetische Sanierung ist ja eins, was auf uns zukommt. Das Thema Schultoiletten ist eins, was oft diskutiert wird. Und hier gibt es dann aber eben auch noch zusätzliche breite Unterstützung durch das Land. Wir bekommen rund 100 Millionen Euro für die energetische Sanierung unserer Schulen. Wir bekommen weitere Mittel vom Land, die sich aufsummieren, auf deutlich über 200 Millionen Euro dann. Aber wenn man alles zusammennimmt, also Ganztag und die weiteren Investitionsbedarfe, kommen wir auch insgesamt für die saarländische Kommunen auf schätzungsweise über 700 Millionen Euro, die dort zu stemmen sind. Ich glaube, das sind schon genug Zahlen. Viel spannender ist ja, was am Ende des Tages stehen soll. Nämlich, du hast es schön erwähnt, neue Schulen der Zukunft. Früher waren die Schulen grauend aus Beton. Unser Ziel ist, dass diese Schulen offen sind, lebensfroh sind und auch grün sind. Nicht nur saniert sind, energetisch, sondern sie auch sonst nachhaltig sind und energieeffizient. Eine Schule der Zukunft muss auch anders sehen als früher, als wir zur Schule gegangen sind, wo es einfach nur verschiedene Klassenräume gab, einen kleinen Aufenthaltsraum und einen ziemlich trostlosen Schulhof. Sondern wir glauben schon, dass diese Campus-Idee hier und da ja jetzt auch schon vorhanden ist und umgesetzt wird, dass das auch ein Zukunftsbild ist für eine Schule der Zukunft. Gucken wir uns mal die Schulhöfe an. Früher hat man den Schulhof gebraucht von 9.20 Uhr bis 9.36 Uhr für die große Pause. Vielleicht noch mal für die kleine große Pause von 11.15 Uhr bis 11.25 Uhr. Aber heute braucht man den Schulhof auch als Freizeitraum zur Freizeitgestaltung für den Nachmittag. Wir brauchen dort Spielmöglichkeiten, wir brauchen dort Schatten, wir brauchen dort Hitzeschutz, wir brauchen Grünflächen. Alles das sind die Kommunen auch am Umsetzen, am Planen. Und Ähnliches gilt auch für die sonstige Infrastruktur in den Schulen. Früher gab es eigentlich keine Mensa. Heute gibt es in vielen Schulen eben weniger ganz als Betreuung oder fast eine auch Mensen in den großen weiterführenden Schulen. Und auf jeden Fall hier und da ist das jetzt auch eben ein Thema, was wir in den Grundschulen auch angehen müssen. Es muss ja überall gewährleistet sein, auch bei der Ganztagsbetreuung, dass eine Mittagsverpflegung stattfinden kann. Und deswegen müssen wir das Thema auch flächendeckend angehen. Ja, du hast ja ein bisschen angerissen, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, also ist auch ein Riesenthema. Du hast in deinem Vortrag beim Empfangen auch das Thema Umbau des Waldes genannt. Also wenn man jetzt ja durch die Wälder fährt oder man die Wälder sieht im Saarland, sieht man ja, dass ganz viele Tannenbäume oder Nadelbäume dann irgendwie kaputt gehen und dort neu aufgeforstet wird. Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das ist ein Thema, das vielen gar nicht so bekannt ist. Viele wissen so die Themen, die die Städte und Gemeinden am meisten bewegen aus ihrer eigenen Anschauung. Was viele eben nicht wissen, ist, dass die Städte und Gemeinden auch im Saarland eben auch große Waldbesitzer sind oder Waldeigentümer sind. Wir haben 28.000 Hektar Wald im Eigentum der Städte und Gemeinden. Und in den vergangenen zehn Jahren sind enorme Schäden in den Wäldern entstanden durch Hitzeperioden, durch Trockenheit. In diesem Sommer war das jetzt noch nicht so ausgeprägt, dieses Thema. Allerdings ein etwas nasserer Sommer rettet dort auch unsere Wälder nicht, sondern es ist ja schon über die Zeitachse zu beobachten, dass dort ein großer Hitzestress vorhanden war bei den Wäldern. Und dass wir dort aufgrund der Trockenheit auch große Probleme haben. Hinzu kommt der Borkenkäfer und andere Themen, die alle privaten Waldbesitzer, aber eben auch die Kommunen als Waldbesitzer bewegen. Wir brauchen dort neue Baumarten. Hier gibt es auch Förderprogramme, die die Kommunen auch nutzen. Die Kommunen sind ausgestattet mit einem Förster, oft mit eigenen Waldarbeitern, aber arbeiten auch vielerorts sehr eng und vertrauensvoll mit dem Saarforst, also mit dem Staatswald im Saarland zusammen. Und die gemeinsame Herausforderung ist auch, eben in diesem öffentlichen Wald auch diesen fit zu machen für die Klimafolgen. Denn wir müssen ja schon davon ausgehen, dass es weiter zu Hitzestress und zu Klimastress kommen wird für unsere Wälder. Und hier brauchen wir auch finanzielle Mittel, um den Wald auch neu zu denken. Wir brauchen neue Baumarten. Ich bin selbst nicht der Experte, was das Thema Bäume angeht. Allerdings haben wir dort jetzt auch gerade als Städt- und Gemeindetag, um eben unserer Aufgabe auch als Berater für die Kommunen auch nachkommen zu können, einen Erfahrungsaustausch aufgebaut. Das auch mal als Beispiel, wie wir arbeiten, wenn ein Thema eben neu kommt. Dann müssen wir das angehen und versuchen dort dann eben die Expertise auch zu sammeln aus den Kommunen. Wir haben jetzt ganz neu einen Erfahrungsaustausch aufgebaut, wo alle Förster, alle Waldarbeiter, die Interesse haben, aus den Kommunen auch zusammenkommen, regelmäßig. Und wir haben gerade dort zuletzt auch nochmal ein Thema gehabt in diesem Kreis und haben über die Verkehrssicherungspflicht gesprochen. Denn wenn Bäume krank sind und öfter umfallen, dann droht das ja auch natürlich zu Schäden zu führen, im schlimmsten Fall zu Personenschäden. Und je kränker die Wälder sind, je kränker die Bäume sind, desto wichtiger wird das Thema Verkehrssicherungspflicht auch grundsätzlich. Und um es dort auch gemeinsam abzustimmen, haben wir einen neuen Erfahrungsaustausch, um all diese Themen auch den Wald betreffend dann auch zu besprechen. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern. Ich glaube, da gab es ja mehrere Vorfälle. Also in Trier, meine ich, ist jemand gestorben sogar, weil ein Baum umgekippt ist. Das war aber in der Innenstadt. Aber wenn ich jetzt so als Bürger in den Wald gehe, muss ich nicht damit rechnen, dass ein Baum umfällt oder wie? Du hast es gut zusammengefasst schon. Also es gibt immer mehr Rechtsprechung, weil natürlich auf der Zeitachse auch immer mehr passiert ist. Und es ist der Grundsatz dessen, dass jemand, der in den Wald geht, sich auch mit den sogenannten waldtypischen Gefahren auseinandersetzen muss. Also wer privat in den Wald geht, muss auch damit rechnen, dass ihm mal ein Ast auf den Kopf fällt. Aber wenn eine extra Gefahrenquelle noch geschaffen wird, also im Wald praktisch eine Infrastruktur aufgebaut wird, die jetzt nicht waldtypisch ist, ein großer Campingplatz oder eine Hütte, die besonders vermietet wird, die muss dann auch eben besonders gesichert werden. Also wenn etwas, eine atypische Situation geschaffen wird, bedarf es dann auch höherer Aufmerksamkeit für diejenigen, die diese Einrichtung dann auch geschaffen haben. Okay, verstehe. Was auch in dem Bereich Klimaschutz mit reinspielt, ist ja auch Katastrophenschutz. Wir haben es jetzt ja in Pfingsten nochmal gesehen beim Hochwasser im Saarland. Wie sieht es denn da aus? Also gibt es da auch Investitionsbedarf bei den Feuerwehren oder ist da alles im Lot oder wie ist die Situation bei dem Katastrophenschutz? Ja, wir haben es beim Pfingsthochwasser gesehen. Wir haben funktionierende staatliche Strukturen, was den Katastrophenschutz angeht. Dort spielt das Land eine große Rolle, aber eben auch vor allem die unteren Katastrophenschutzbehörden bei den Landkreisen und die Landeshauptstadt Saarbrücken, die dort Katastrophenschutzbehörde ist. Und diese stimmen sich ab, wenn etwas passiert, aber auch im Vorfeld präventiv, eben mit den Kommunen vor Ort, die ja für die Gefahrenabwehr zuständig sind. Und dort ist das enge Zusammenspiel schon lobenswert auch hervorzuheben. Es ist klar, aber auch wenn etwas gut ist, muss es noch besser werden. Hier und da sind wir dort dann auch im Moment dabei zu erforschen, wo wir noch Optimierungsbedarf auch sehen. Und ein Thema ist mit Sicherheit dann auch die Ausstattung unserer Wehren, der Feuerwehren, aber auch aller anderen Hilfsorganisationen. Die Städte und Gemeinde sind zuständig für ihre freiwilligen Feuerwehren. Wir haben dann ja noch die Berufsfeuerwehr in Saarbrücken und Mischstrukturen in größeren Städten. Allerdings die freiwilligen Feuerwehren leben vom Ehrenamt. Wir reden immer auch über eine Stärkung des Ehrenamts, was die Anerkennung angeht, aber auch eine Stärkung des Ehrenamts bei den Feuerwehren durch ein professionelles Hauptamt. Hier müssen wir weitere Gespräche führen, wo es auch notwendig ist, eben auch hauptamtliche Kräfte zu haben, die nicht nur in einer Katastrophensituation, sondern auch zu sonstigen Zeiten eben die Feuerwehren dann auch stützen und beraten können. Hier sind wir in Gesprächen und das Thema der Ausstattung spielt auch eine Rolle, wenn wir eben das Thema noch sehen. Neben dem Hochwasser haben wir auch das Thema Waldbrandgefahr, auch im Zusammenhang mit dem Thema von eben zu sehen. Auch hier braucht man andere Gerätschaften, um Waldbrände zu löschen als sonst wo. Auch dort muss man diskutieren, was angeschafft werden muss. Aber hier ist auch über die Land, Kreis und Gemeinde eben ein vertrauensvolles Miteinander gegeben, um dann auch diese Themen anzugehen. Insgesamt ist es aber so, wie bei vielen Themen, wir brauchen mehr Geld für die Kommunen, um ihre Feuerwehren auch professionell auszustatten und um auch die Strukturen auch hier und da zu professionalisieren. Und da wünschen wir uns auch vom Land, dass wir auch als Städte und Gemeinden hierfür mehr Geld bekommen. Und wie ist so die Rückmeldung von den Bürgermeistern? Also finden die noch genug Feuerwehrfrauen und Männer oder hat das schon ein bisschen abgenommen, so über die Laufe der Zeit? Auf der langen Achse hat das natürlich auch abgenommen, auf der Zeitachse. Im Saarland sind ehrenamtliche Strukturen immer noch besser als sonst wo. Wir haben ja eine sehr hohe Ehrenamtsdichte zum Glück und vor allem auch bei den Feuerwehren, die vor Ort tolle Arbeit leisten und eben auch tolle Jugendarbeit leisten. Das ist ja ein tolles Hobby, was Kinder und Jugendliche haben können. Und wenn aus diesem Hobby dann auch wirklich ein festes Ehrenamt entsteht, ist das eine hervorragende Sache. Wir haben dort große Herausforderungen. Es wurde aber auch schon gegengesteuert. In vielen Kommunen gibt es ja Bambino-Feuerwehren. Wir haben auch schon bei den Kleinsten auch anzufangen, die zu begeistern für dieses Thema. Aber die Zahlen sind so, dass die Feuerwehren funktionsfähig sind. Aber wir müssen natürlich mit Blick auf die Zukunft schon noch gucken, dass das langfristig auch der Fall sein wird. Glaubst du, dass es dann auch mal eine Berufsfeuerwehr vielleicht in Tolei gibt oder ist das eher etwas, was nicht kommen wird? Also ich glaube, wir werden in Tolei auch in Zukunft eine freiwillige Feuerwehr haben, die so personell auch ausgestattet ist, dass sie ihrer Aufgaben nachkommen werden. Okay. Ja, ganz anderes Thema. Demografie und soziale Teilhabe. Und da ist mir so ein Aspekt ins Auge gefallen, das ist das Thema Einsamkeit. Vielleicht kannst du uns da was dazu sagen. Also was haben Kommunen mit Einsamkeit zu tun? Ja, die Kommunen hat sich um die Themen zu kümmern, die ihre Bevölkerung bewegen. Und die Bevölkerung wird immer älter. Zum Glück. Das ist ja Teil der demografischen Entwicklung, dass die Senioren älter werden. Und dazu gehört eben dann auch, dass man guckt, was sind die Themen, die Senioren eben dann auch bewegen. Und hier haben wir vor allem zwei Themen ausgemacht. Das ist das Thema Pflege. Das älter werdende Bevölkerung führt auch zu mehr Personen, die gepflegt werden müssen. Die meisten wollen zu Hause gepflegt werden. Heimbetreuung, also Pflegeplätze in Einrichtungen sind auch sehr teuer. Und wer es ermöglichen kann und das auch die Familie hergibt und leisten kann, wünscht sich auch eine Pflegebetreuung vor Ort in den heimischen vier Wänden. Oftmals sind aber auch die familiären Strukturen nicht mehr so gegeben, auch im Alter nicht. Und viele alleinstehende Seniorinnen und Senioren leiden dann auch nicht nur in einer Situation der Pflege, sondern ganz allgemein auch im Alltag unter einer Einsamkeit, die oft beschrieben wird. Die Bürgermeister und Bürgermeister und die Ehrenamtlichen vor Ort in unseren Räten beschreiben uns das oft, dass Veranstaltungen wie in Seniorenkaffee, in Seniorennachmittag auch großen Zuspruch finden. Nicht so, weil man sich alt fühlt, sondern einfach dessen, dass man sich gerne austauscht mit jemandem und dann gerne diese Angebote auch annimmt. Hier gibt es große Nachfragen. Man ist froh, in der Gemeinschaft Zeit zu verbringen. Auch Fahrten für Senioren werden angenommen von verschiedenen Vereinen, Verbänden, die das anbieten. Wir wollen etwas erleben, die Senioren auch bei uns in den Dörfern, aber auch im städtischen Bereich, wo doch auch teilweise dann auch in einer größeren Anonymität in der Nachbarschaft auch der Austausch so nicht gegeben ist. Und deswegen suchen wir auch nach Möglichkeiten, eben mit den Seniorinnen und Senioren ins Gespräch zu kommen, Angebote zu schaffen, um dort auch Gemeinschaft zu leben. In Frankreich gibt es ein ganz interessantes Modell, dass dort auch die Senioren gezielt angesprochen werden sollen, auch was gesundheitliche Themen angeht. Es gibt dort, so lase ich mal, auch ein Modellprojekt, dass die Senioren erinnert werden sollen dran, dass im Sommer bei Hitze über 40 Grad in Südfrankreich oft gegeben auch was trinken sollen, also natürlich Wasser trinken sollen und sich vorbeugen sollen und sich praktisch die Häuser auch kühl halten sollen. Das sind alles Themen, die eigentlich auf der Hand liegen, die aber auch schwer zu leisten ist, dort eine engmaschige Betreuung zu gewährleisten durch staatliche Ebenen. Aber es gibt dort auch Ansätze unseres Sozial- und Gesundheitsministers von Magnus Jung. Unter dem Motto SARS-CoV-6 will er dort gerade die Generation der über 66-Jährigen dann auch noch enger betreuen, auch durch kommunale Hilfskräfte, durch Wohlfahrtsverbände, die den Kontakt zu Senioren und Senioren, die oft eben auch von Einsamkeit betroffen sind, dass dort der Kontakt gehalten wird. Okay, ja, also klingt ja sehr vielversprechend und ist auf jeden Fall, glaube ich, auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema. Auf jeden Fall. Dann vielleicht noch das Thema Digitalisierung und Bürokratieabbau. Also ich war jetzt vorletzter Woche mal in Pass beantragen für die Kids und da ist ja, sagen wir mal, der Prozess, das liegt jetzt ja nicht an der Gemeinde, also ist gar kein Vorwurf, ist ja noch nicht sehr digital. Also das Passbild muss man zum Beispiel noch ausdrucken, da wird das draufgeklebt, gescannt und das könnte man sicherlich auch digital senden. Also wie ist denn da der Stand bei den Kommunen zurzeit? Also kann man schon viel digital machen und ich weiß es nur nicht oder hat man da noch großen Nachholbedarf? Ja, beides. Okay. Ich glaube, hier ist die staatliche Verwaltung nicht so gut, wie sie sein sollte, aber auch nicht so schlecht, wie sie oft geredet wird. Wir haben sowohl in Bundesbehörden als auch in Landesbehörden wie in kommunalen Behörden, für die ich spreche, natürlich dort auch große Herausforderungen. Es gibt ja auch eine gesetzliche Vorschrift, das sogenannte Online-Zugangsgesetz, da staatliche Leistungen auch online zur Verfügung stehen müssen. Aber oft sind diese eben noch nicht oder nur zum Teil auch umgesetzt. Aber wir bekommen eigentlich wöchentlich Nachrichten, dass eine gewisse Serviceleistung, eine Verwaltungsleistung mittlerweile dann auch digitalisiert ist und auch digital zugänglich ist. Gerade gestern haben wir in den Nachrichten gehabt, dass der Wohngeldantrag online geht. Und wir haben dort doch auch Bewegung drin. Im Saarland ist die Situation bundesweit einmalig, dass alle Städte und Gemeinden und die Landkreise bei diesem Thema der Digitalisierung auch zusammenarbeiten, in einem Zweckverband, dem sogenannten Ego Saar. Und hier sind wir auch dabei, die Strukturen zu professionalisieren in den vergangenen Jahren und eben die Themen voranzutreiben. Und dort gibt es auch immer mehr Themen, wie gesagt, die mittlerweile dann auch online abgebildet sind, digital abgebildet sind. Und genauso wie das Land vor ein paar Wochen beschrieben hat für ihre Dienstleistungen in der Landesverwaltung, gibt es dort noch Themen, die noch nicht komplett digitalisiert sind, auch bei den Kommunen. Und das wird angegangen. Okay, also da ist Bewegung in der Sache. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt diese ganzen Themen sieht, also ganz viele Herausforderungen, ganz viele Sachen, die man auch bauen, finanzieren muss. Wie sieht es denn eigentlich mit den Finanzen aus bei den saarländischen Kommunen? Gut, schlecht, mittels oder la? Schlecht. Das muss man einfach sagen und das seit vielen Jahren. Die Saar- und Städte und Gemeinden leiden unter einer chronischen Unterfinanzierung. Seit vielen Jahrzehnten bekommen die Saar- und Städte und Gemeinden nur 70 Prozent der Einnahmen, der Steuereinnahmen insbesondere, wie die Kommunen in anderen Bundesländern. Wenn man seit Jahrzehnten weniger Einnahmen hat, führt das dazu, dass strukturell die Finanzlage eben schlecht ist. Weil seit Jahrzehnten so wenig Geld da ist, wird auch seit Jahrzehnten so wenig investiert. Wir investieren insbesondere in die bauliche Substanz und in unsere Straßen zum Beispiel deutlich weniger als in den Kommunen in anderen Bundesländern. Bei den Straßen ist es so, dass wir nur ein Drittel des Geldes ausgeben können, was andere Bundesländer für ihre Straßen in den Kommunen ausgeben. Eine schlechte Einnahmequote führt zu schlechten Investitionsquoten und wir haben aber auch auf der Ausgabenseite immer neue Themen, die immer mehr Geld kosten. Auch Digitalisierung kostet im Übrigen am Anfang Geld, um das Thema nochmal aufzugreifen. Aber vor allem auch im sozialen Bereich haben wir neue Themen, die Geld kosten oder wo sich die Kosten auch enorm entwickelt haben. Ich nenne hier bei den Landkreisen die Themen Jugendhilfe, Hilfe zur Pflege, auch das Thema Wohngeld oder auch die Kosten der Unterkunft im sozialen Bereich. Und diese Kosten, die dann bei den Kreisen entstehen, gehen ja dann über eine durchaus nicht ganz einfache Systematik an die Städte und Gemeinden. Also die Städte und Gemeinden müssen die sogenannte Kreisumlage finanzieren und hier sind alle sozialen Kosten eben drin. Und deswegen ist auch die Ausgabenseite oft so beschrieben, dass man davon spricht, dass die Ausgabenseite weggaloppiert. Schlechte Einnahmeseite, eine steigende Ausgabenseite führt dazu, dass wir große finanzielle Probleme haben. Und deswegen, auch weil wir durch die sich auftürmenden Krisen der vergangenen Jahren dann eben noch zusätzliche Finanzprobleme bekommen haben, zusätzliche Kosten bekommen haben, ist es jetzt auch so, dass die Saarische Landesregierung und wir als Saarische Städte und Gemeindetag auch vereinbart haben, dass man den Kommunen helfen muss. Zunächst mal auch kurzfristig muss es leider Gottes dann eben auch ermöglicht werden, dass die Kommunen ja ins Defizit noch einmal gehen mit ihren Konten. Wir haben ja einen sogenannten Saarland-Pakt, der bedeutet, dass die Kommunen grundsätzlich sich nicht mehr neu verschulden dürfen und ihre Girokonten ausgleichen müssen. Das ist auch gut und erfolgreich gelungen in den vergangenen Jahren, aber aufgrund der verschiedenen Krisen, Corona, Energiekrise, Preissteigerung, Inflation, hohe Tarif- und Lohnabschlüsse, die auch zusammenhängen mit der Inflation. Also das eigene Personal ist auch teuer geworden, leistet tolle Arbeit, aber wird auch immer teurer. Aufgrund dieser besonderen Faktoren ist es jetzt auch notwendig, dass die Kommunen dann auch jetzt für eine gewisse Zeit auch noch mal ins Defizit gehen müssen. Wenn man so will, ist das eine Ausnahme auch von einer gewissen Schuldenbremse. Aber uns ist klar, dass das Geld zurückgeführt werden muss und dass das keine dauerhafte Lösung ist. Und deswegen sind wir im Land auch in Gesprächen, dass es eine grundsätzliche Neuaufstellung des sogenannten kommunalen Finanzausgleichs geben muss. Und wir hoffen, dass systematisch, strukturell in ein paar Jahren die Kommunen eben mehr Geld bekommen vom Land, um ihre Aufgaben zu meistern. Das ist aus unserer Sicht dringend erforderlich. Und wir hoffen auch, dass der Bund dort noch etwas dazu beiträgt. Wir haben ja noch alte Schulden von früheren Zeiten. Hier wäre es auch wichtig und auch dringend erforderlich, dass der Bund dort auch noch etwas dazu beiträgt, dass wir von diesen Altschulden auch befreit werden. Genau, also wenn man die Diskussion um das Land verfolgt, könnte man ja meinen, allen Kommunen in Deutschland geht es schlecht. Ist das so? Also gibt es da Unterschiede zu anderen Bundesländern? Es gibt sehr große Unterschiede. Wir haben durchaus Kommunen, die in den vergangenen Jahren bundesweit auch noch sehr gut dastanden. Wie das auch bei den Bundesländern so ist, sind die wirtschaftlichen Strukturen sehr unterschiedlich. Und das ist dann natürlich auch auf kommunaler Ebene auch so zu beschreiben. In den finanzstarken süddeutschen Bundesländern gibt es auch durchaus viele sehr reiche Kommunen. Wir haben aber insbesondere in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland strukturell unterfinanzierte und sehr schlecht finanziell dastehende Kommunen. Aber im Übrigen, aufgrund der sich auftürmenden Krisen und Erfolgen der Krisen der vergangenen Jahren, haben wir jetzt bundesweit im vergangenen Jahr zum ersten Mal im Schnitt aller Kommunen ein Minus. Also nicht nur die Saarland-Kommunen haben ein Minus eingefahren im vergangenen Jahr, sondern bundesweit haben die Kommunen ein Minus eingefahren. Es hängt einfach damit zusammen, das wird sich in diesem Jahr noch massiv durchsetzen. Wir sprechen dort, glaube ich, von einem, wenn ich das richtig im Kopf, von einem Minus von zwölf Milliarden Euro bundesweit, was die Kommunen einfahren werden in diesem Jahr. Das hängt zusammen mit, ich habe es eben schon genannt, mit schwieriger Einnahmensituation, auch durch Steuererleichterungen, die ja auch vom Bundesebene gemacht werden, um die Wirtschaft nochmal auch anzukurbeln, auch zu Recht. Aber das führt dann bei der Gewerbesteuer, bei der Einkommenssteuer, bei den Anteilen der Kommunen auch zu Einnahmenausfällen. Aber vor allem bundesweit ist eben auch zu beschreiben, dass die Ausgaben steigen im sozialen Bereich, aber auch bei den Personalkosten, bei den Löhnen, weil die Tarifabschlüsse höher werden, weil wir auch für die verschiedenen Aufgaben mehr Leute brauchen. Ich habe das Thema Kindergärten eben auch genannt. Wir haben sehr, sehr viele Kommunen, die mittlerweile mehr Erzieherinnen und Erzieher haben als normale Verwaltungsmitarbeiter in ihren Rathäusern. Das ist auch eine Leistung. Wir müssen auch mehr darüber reden, was geleistet wird durch die Kommunen. Und dazu gehört beim Thema Bildung und Betreuung eben auch, dass wir das massiv auch das Angebot ausgeweitet haben. Also wir haben bundesweit eben die Situation, dass dort auch mehr Aufgaben auch wahrgenommen werden. Und deswegen ist bundesweit im Moment auch zu beschreiben, dass die Kommunen dort unter finanziellen Problemen leiden. Nicht nur im Saarland, aber bei uns im Saarland trifft das dann natürlich besonders zu. Und die Kommunen sind ja davon abhängig, dass sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Also sei es in der Feuerwehr oder im Schwimmbad als Rettungsschwimmer oder aber auch natürlich in den Räten. Also es gibt ja ganz viele Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich in einem Rat engagieren. Wie ist denn da eure Wasserstandsmeldung? Also findet man noch genug Leute, die kandidieren, die in die Räte wollen? Oder ist das auch schon schwieriger geworden im Saarland? Es ist schwieriger geworden als noch vor Jahrzehnten. Aber wenn man sich jetzt gerade die Kommunalwahl nach anschaut, ist es schon so, dass vor allem auch die großen Parteien, CDU und SPD, überall noch die Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, die sie dann auch brauchen, um ihre Plätze zu besetzen. Aber wir haben ja auch vielerorts neue Wählergruppen, die sich ja auch neu engagieren in den Räten, die dort etwas bewegen wollen. Und auch die kleineren Parteien sind vielerorts angetreten mit einer ausreichenden Kandidatinnen- und Kandidatenzahl. Insgesamt beschreiben alle Parteien und Wählergruppen schon, dass es viele Gespräche bedarf, um Leute eben für dieses Engagement vor Ort auch zu begeistern, weil eben die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass man dort großen Spielraum hätte, etwas zu gestalten. So oft ja der Vorwurf. Aber mir ist es wichtig und nutze es deswegen auch jede Gelegenheit, wie heute auch darzustellen, was man eben auch alles dann an Themen aufgreifen kann. Und gerade beim Thema Klimaschutz oder Wärmewende, beim Thema Bildung und Betreuung, gibt es eben auch viel vor Ort zu regeln und auch für die Räte zu entscheiden. Und deswegen ist das durchaus ein interessantes Hobby, wenn man so will, wenn man es so bezeichnen will, das kommunale Ehrenamt. Und die Parteien haben beschrieben, dass es nicht mehr ganz so leicht fällt, wie in den vergangenen Jahren, dort eben ausreichend Leute auch anzusprechen. Aber es ist schon so, dass die Plätze besetzt wurden, dass wir dort attraktive Kandidatinnen und Kandidaten hatten, die dann gewählt wurden. Wir haben hohe Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen im Saarland. Im Vergleich zu anderen Ländern, das ist auch mal eine Erwähnung wert. Das heißt, das trifft auch bei uns für Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterwahlen zu. Das heißt ja, bei uns kennt man die Kandidaten vor Ort noch, man kennt die Ansprechpartner vor Ort, geht auch zur Wahl und wählt. Und deswegen ist das Ehrenamt hier etwas, was dazu beiträgt, dass kommunale Selbstverwaltung hier noch gelebt wird und auch akzeptiert wird vor Ort durch die Bürgerinnen und Bürger und durch die Wählerinnen und Wähler. Mit Blick auf die Zukunft muss man schon auch überlegen, dass das Ehrenamt auch noch mal attraktiver gestaltet wird. Wir reden dort ja oft auch über Sitzungen am Abend. Wir reden über durchaus Sitzungen, die auch mal länger dauern können. Wenn dann noch neben den Ratssitzungen auch noch Fraktionssitzungen, Parteisitzungen dazukommen, ist das vielleicht auch für Selbstständige oder auch für Familien nicht so attraktiv, sich dort zu engagieren. Wer noch sich um Kinder kümmern muss, sich noch um sein eigenes Unternehmen kümmern muss, der wird sich das natürlich überlegen. Und hier sind wir auch in Gesprächen, wie man das vielleicht auch noch attraktiver gestalten kann. Aber ich will auch mal erwähnen, wir haben weit über 1.000 Mitglieder in den Stadt- und Gemeinderäten. Wir haben einige hundert in den Kreistägen und im Regionalverbandstag. Wir haben viele 1.000 Mitglieder in den Ortsräten. Das ist ja schon auch eine Summe an Engagement, was man durchaus auch sehr wertschätzen sollte und nicht kleinreden sollte. Ja, das tun wir auch mit der Unionstiftung. Lieber Stefan, vielen Dank noch mal für deinen Besuch hier im Podcast, für deinen Vortrag beim Sommerempfang. Und wir sagen ciao und bis bald. Ja, vielen Dank für das Interesse. Bis bald. Bis bald.